Leute, 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 so, ähm, wer die Wahl verfolgt hat, gute Ergebnisse, schlechte Ergebnisse, alles dabei, AfD, stärkste Partei, stärkste Kraft im Osten, das kann also noch interessant werden dieses Jahr für Sachsen, Thüringen und Brandenburg, aber zuvor habe ich noch was vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ähm, Dunja, Dunja Heilalli oder sowas, naja, ihr kennt die besser als ich bestimmt, die hat noch was gesagt, wegen Wählen gehen. Dunja, heute ist die Europawahl und Leute knallen mir sowas in mein Postfach, was sagst du dazu? Am liebsten gar nichts. Labere mich nicht mit sowas voll, ich bin doch nicht dumm und gehe wählen, was soll das bringen? Scheiß aus, wählen bringt eh nix. Unverständnis, wie kann man denn nicht wählen gehen wollen, weil nicht wählen kann man gar nicht, man kann nicht nicht wählen. Und genau dafür bist du jetzt da, um uns einmal zu sagen, warum es wichtig ist, wählen zu gehen. Stellt euch vor, es gibt ein Dorf mit 100 Personen. Alle sind wahlberechtigt. Korrekt. Von den 100 gehen 75 zur Wahl. Menschen, wahlberechtigte. Von den 75 wiederum wählen dann neun Leute eine... A-Loch-Partei? Korrekt. Ja geil, also die 75 Menschen, die wählen halt irgendwas und es gibt halt neun davon, die Leute, die eine A-Loch-Partei wählen. Wie heißt die denn, diese A-Loch-Partei? Heißt die vielleicht Grüne? SPD? Also ich weiß nicht genau, was sie damit anspielen möchte. Das ist nicht korrekt, aber das ist korrekt. Das ergibt dann unter dem Strich 12 Prozent für diese Partei. Die wir, wenn wir demokratisch wählen, nicht in unserem Parlament haben wollen. Ja. Aha, aha, interessant. Geht euch jetzt ein Licht auf, von welcher Partei die eventuell reden? Wir nehmen wieder das gleiche Dorf, wieder 100 Leute, dieses Mal gehen aber nur 50 zur Wahl. Und wieder wählen neun Leute die... A-Loch-Partei. Ergibt dieses Mal nicht etwa die gleiche Prozentzahl, sondern 18 Prozent. Also macht man sie stärker. Korrekt. Also man kann nicht nicht wählen gehen. Oh, interessant. Okay. So wie man nicht nicht kommunizieren kann. Also geht wählen. Ihr habt heute bis 18 Uhr noch Zeit, eure Stimme abzugeben. Geht bitte ins Wahllokal. Ich frage mich jetzt wirklich, ob Dunja Heilalli, Heilalli, ich weiß nicht, wie die genau heißt, ne? Ob die jetzt heute Abend ihre Partnerin, falls sie eine hat? Oh nein, nein, oh nein. Ich werde meinen Job verlieren. Oh nein. Ja, Dunja, sowas passiert halt, wenn man immer den gleichen System hinterherläuft. Dunja, ich hoffe, du bist jetzt nicht am Heulen. Auch für dich gibt es auch bestimmt noch irgendwo einen Posten zum Arbeiten später. Wir brauchen immer noch Pflegekräfte. Es gibt Jobs, die will halt nicht jeder machen. Und wenn man so viel in der Scheiß rumhergebadet ist wie du. Und dann kannst du vielleicht auch einem normalen Job nachgehen. Werden wir sehen, was noch die nächsten Jahre so passiert. Ich bin auch gegen den öffentlichen Rundfunk. Diese eingezogenen Steuergelder für solche Leute, tut mir leid, möchte ich nicht ausgeben. So wie sie keine A-Loch-Partei haben möchte, möchte ich gewisse Dinge auch nicht haben. Leute, das war's schon. Ich bin auch gegen die A-Loch-Partei.